hallo und herzlich willkommen bei netbo zehn jahre ein grund zu feiern am 24.06 unsere feier anormal und für anormal brauchen wir natürlich auch noch ein anormales getränk und das brutzeln wir heute hier mal bei der destillerie kissner zusammen der köpfe schon schön vor sich hin und da probieren wir uns jetzt mal durch so hier sind wir in der brutzelküche angelandet und dann wollen wir mal probieren sieht doch schon mal gut aus hier willst du trinkst einen mit? na klar so stöße ja ja passt in den nächsten was haben wir da? oi 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 o schon toller job den der Peter hier hat muss man ja mal sagen oi o 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 Das war's für heute. Der ist super, den nehmen wir. Wie habt ihr alles ausgetrunken?